Osh ist ein sehr großer Konzern oder hat sich zu einem sehr großen Konzern entwickelt, der gerade dadurch besticht, dass er unheimlich verschiedene Geschäftsbereiche besitzt. Also wir haben im Geschäftsbereich Solar Energy zum Beispiel, Thermotechnik. Wir sind ganz klassisch im Kfz-Bereich, wo man uns eben mit ESP und ABS-Systemen herkennt, aber auch Bohrmaschinen. Es ist für jeden eigentlich etwas dabei. Wir bieten für Schulabgänger ein riesiges Spektrum an Ausbildungs- und Studienberufen, also ungefähr knapp 40 Ausbildungsberufe, knapp 30 Studiengänge, vorwiegend im technischen Bereich. Ja, also zu Bosch gekommen bin ich durch die Praktikas in der Realschule. Und ich habe mich dann für Bosch entschieden, weil es einfach eine große Firma ist, weil man dann Karrierechancen hat, weil man sich dann auch nach der Ausbildung weiterentwickeln kann. Für mich war wichtig nach dem Abitur, dass ich meine Selbstständigkeit habe, unabhängig von meinen Eltern. Und da war das duale Studium halt einfach perfekt. Man wird vergütet, man kann sich selber eine Wohnung leisten, das Leben leisten und man macht trotzdem sein Studium und kriegt seinen Abschluss dabei. Und Bosch unterstützt das halt beides. Das Bewerbungsverfahren ist für die Schüler eigentlich recht einfach mittlerweile geworden. Wir haben an fast allen Standorten auf Online-Verfahren umgestellt, sodass, wenn der Jugendliche sich bewirbt, er durch einen Fragebogen durchgeführt wird, er kann nichts vergessen. Ja, es wird alles gefragt, was wir wissen möchten. Er schickt seine Bewerbung dann ab, online. Und im zweiten Schritt wird er von uns zu einem Einstellungstest eingeladen und zu einem Gespräch. Vor dem Test hatte ich schon Bammel und habe dann aber im Endeffekt herausgefunden, dass es eigentlich total einfach ist. Also man hat als erstes einen Film sich angeschaut nochmal über die Firma und danach dann den Test geschrieben. Und das war eigentlich eine ganz ruhige Atmosphäre. Also es war kein Grund irgendwie nervös zu werden oder so. Der beste Tipp, den ich an andere weitergeben würde, ist einfach so zu sein, wie man ist. Das Ganze locker anzugehen, sich selber nicht viel Stress machen, keinen Druck machen, sondern einfach zu sein, wie man selber ist, sich nicht zu verstellen und sich natürlich zu geben. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020